Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 190 vom 18. Mai 2020 und wie immer begrüßen euch an den Mikrofonen Ulf Burmeier, das bin ich und am anderen Ende der Leitung. Philipp Banse, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Nummer 190. Wie immer schön, dass ihr eingeschaltet habt, tausend Dank für die Unterstützung. Wir haben wieder eine Menge für euch vorbereitet, deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich rein und wir fangen, wie das in diesen Tagen natürlich so ist. Kurz an mit einem Überblick über den Stand der Corona-Epidemie in Deutschland. Das berühmte Corona-Update, das ja seit einigen Wochen so den Anfang unserer Sendung bildet, einfach damit wir für die weitere Diskussion wissen, was denn eigentlich so die tatsächlichen Grundlagen sind. R ist wieder so ein klitzekleines bisschen abgesunken, also die Reproduktionszahl, die ja angibt, wie viele Menschen im Schnitt ein Neuinfizierter selber ansteckt. Sie liegt jetzt bei 0,94, wobei es ja da immer ein sogenanntes Prädiktionsintervall gibt, also quasi eine Unschärfe bei der Berechnung von R. Dieses Intervall liegt jetzt bei 0,78 bis 1,1 und das bedeutet also irgendwie um den Faktor 1 liegt R, wobei man dazu immer sagen muss, es bildet das Infektionsgeschehen von vor ein bis zwei Wochen ab. Es ist jedenfalls eine gute Nachricht, dass er nach dem Ausschlag nach oben in der vergangenen Woche jetzt nicht weiter gestiegen ist. Auf der anderen Seite ist es auch noch nicht gelungen, diesen Tag so richtig unter einzudrücken, wobei Philipp, der sieben Tage wert, da irgendwie, sagen wir mal, doch wieder in die richtige Richtung zeigt. Genau, da ist einfach das Intervall größer, in dem geschaut wird, wie viele Leute haben sich denn jetzt wahrscheinlich neu infiziert. Das ist erfunden worden, um dieses Auf und Ab so ein bisschen zu glätten, um so ein paar Wochenenden Schwankungen rauszukriegen. Und dieser Sieben-Tage-Wert, bei dem halt sieben Tage mit jenen jeweils vorher sieben Tagen verglichen werden, der liegt bei 0,87, also ein bisschen weiter drunter. Auch da eine Fehlerwahrscheinlichkeit, ein Fehlerintervall von 0,78 zu knapp unter 1, also 0,97, wie gesagt, geschätzt. Und weil eben der Bemessungszeitraum, der angeschaut wird, ein bisschen größer ist, bildet diese Zahl das Infektionsgeschehen ab, was noch ein bisschen länger her ist. Also gut eine Woche und bis gut zwei Wochen. Also man kann da, glaube ich, festhalten, auch angesichts der Neuinfektionen, die jetzt heute Montag im Vergleich zu Sonntag um knapp 600 nur gestiegen sind, dass zumindest so, was diesen Verlauf, der ja von vor ein bis zwei Wochen das Infektionsgeschehen abbildet, relativ konstant ist, mit so ein paar Schwankungen nach oben. Punkt. Mehr kann man da jetzt einfach nicht sagen. Weder geht es krass bergrunter, noch geht es krass bergauf, sondern es schwankt immer so leicht unter 1. Ja, das muss man so sehen. Wobei man natürlich zugleich sagen muss, also es geht jetzt jedenfalls auch nicht weiter deutlich runter. Aber angesichts der Lockerungsmaßnahmen ist es vielleicht schon eine gute Nachricht, wenn es nicht rauf geht. Denn wir hatten es ja schon besprochen. Es gibt ja offensichtlich in Deutschland auch gerade bisher nicht die konsequente Strategie, die Zahl der Neuinfektionen so weit runter zu drücken, dass alle nachverfolgt werden können. Dazu kommen wir gleich noch. Dazu gab es nämlich noch interessante Statements in dieser Woche. Ein Update vielleicht noch zu diesen landkreisbezogenen Grenzwerten. Wir hatten ja in der vergangenen Woche, was glaube ich schon geschildert, dass sich darauf geeinigt wurde, dass es einerseits zwar Lockerungen gibt, auf der anderen Seite aber landkreisbezogen geschaut werden soll, ob ein Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen überschritten ist. Und in der Tat ist das in einigen Landkreisen schon der Fall, nämlich in Coburg, in Bayern, in Greiz und Sonneberg, in Thüringen und in Straubing, Straubing-Bogen, das dürfte in Bayern sein. Grund sind hier wohl Ausbrüche in Altersheimen oder in Fleischbetrieben. Da muss man jetzt schauen, wie darauf weiter reagiert wird. Also da gab es in der vergangenen Woche eine ganze Reihe von sehr skeptischen Äußerungen in der Presse, wenn also die Maßnahmen auf Landkreisebene dann getroffen werden dürfen oder sollen, quasi also Lockerungen auf Landkreisebene zurückgezogen. Dass dann möglicherweise der Einfluss der Lokalpolitik nicht unbedingt segensreich sein könnte, ganz vorsichtig formuliert werden. Also zum Beispiel große Industriebetriebe vor Ort, die einfach viele Arbeitsplätze stellen, über großen lokalpolitischen Einfluss verfügen. Wenn die dann sagen, Leute, ihr wollt doch jetzt nicht ernsthaft wieder einen Lockdown verhängen, dass dann möglicherweise solche, wie soll ich sagen, solche Erwägungen doch sehr die Überhand. Ja, das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also der Spiegel zumindest hat berichtet, dass in Greiz die Lokalpolitiker und Lokalpolitikerinnen zumindest erst mal nichts, sehr wenig oder sehr widerspenstig irgendwelche Maßnahmen unternommen haben. Also dass es da schon Weigerungen und arge Vorbehalte gab, jetzt neue Begrenzungen oder Beschränkungen oder Maßnahmen einzuleiten. Also ich glaube, diese Sorge ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Andererseits muss man sagen, was halt auch noch dazu kommt ist und das spiegelt natürlich auch, dass die Reaktion in diesen Landkreisen ist, dass die Leute messbar sorgloser werden. Und das hat der Sozialpsychologe Rolf von Dick im Spiegel erzählt, die halt Umfragen durchgeführt haben, repräsentativ unter tausend Personen, wo messbar ist, dass die Leute sorgloser werden. Jetzt kann man aber auch, ich kann Ihnen das irgendwie auch nicht so richtig verdenken. Also wenn du Landkreise hast in Nordostdeutschland, Mecklenburg, Sachsen-Anhalt, wo seit Wochen immer mal einer oder eine neu infiziert wird, gemessen wird. Natürlich gibt es immer eine Dunkelziffer, aber dass da die Leute mental immer durchatmen und sagen, lass mal fünfe gerade sein, so schädlich das ist, ich kann Ihnen da nicht richtig einen Vorwurf draus machen. Dann gab es noch einen Bericht, den ich ganz interessant fand vom NDR, die recherchiert haben, bei den Gesundheitsämtern angefragt haben, sag mal, wie viele Leute habt ihr denn jetzt eigentlich, um mögliche Krankheitsfälle, Infektionen und deren Kontakte nachzuverfolgen. Und da kam so unterm Schnitt raus, dass A natürlich nicht alle Gesundheitsämter geantwortet haben. Bayern zum Beispiel sagen die Kollegen, hätte dein Gesundheitsämter einen Maulkorb verhängt, da hätte kein einziges Gesundheitsamt geantwortet. Unter dem Strich stünde aber, so hat einer der Journalisten gesagt, Herr Grill, der das mitrecherchiert hat, könnten die Gesundheitsämter wohl mit diesen tausend Neuinfektionen pro Tag wohl so einigermaßen klarkommen, viel mehr dürften es aber nicht sein. Ja, also wir waren ja mit unserer Zahl von 200 da deutlich niedriger, muss man ganz ehrlich sagen, die wir dann auch irgendwie nicht mehr so ganz rekonstruieren konnten. Aber irgendwo in dieser Spanne dürfte es sich bewegen, 200, 300, also 1000 ist ganz sicher die Obergrenze. Das heißt also, wenn wir irgendwann tatsächlich zu einer Tracing-Strategie kommen wollen, dann muss die Zahl noch deutlich runter. Ich würde ehrlich gesagt sagen, Philipp, wir können jetzt alle nur Daumen drücken, dass trotz der bisherigen Lockerung und mit gegebenenfalls landkreisbezogenen, etwas strengeren Maßnahmen es irgendwie schaffen, er bei jedenfalls nicht über eins zu halten und möglicherweise die Zahl der Neuinfektionen so weit zu drücken, dass die Gesundheitsämter hinterher kommen. Ich glaube, das ist, glaube ich, so der Stand der Dinge. Das muss man, glaube ich, so sagen, ja. Wenn das so gut geht, ist wunderbar, wenn nicht, dann müssen wir wieder reagieren. Dann kommt halt die zweite Welle, vor der alle Angst haben, hoffen wir einfach, dass es nicht passiert. Philipp, aber zum Stichwort Neuinfektionen gab es in dieser Woche noch eine ganz spannende Studie und zwar, und das finde ich persönlich das Reizvolle an diesem Papier, eine Kombination, wo sich zusammengetan haben, auf der einen Seite das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, also Infektiologen, Virologen und auf der anderen Seite das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Das heißt also, Volkswirte haben sich zusammengetan mit Spezialisten und Spezialistinnen sicher auch für Infektionskrankheiten und sie haben mal modelliert, welchen Einfluss unterschiedliche Infektionsverläufe zum einen auf den Gesundheitsschutz, aber auch auf die Wirtschaft haben würden, Philipp. Und ich finde, die sind da zu ganz spannenden Ergebnissen gekommen. Ja genau, also sie haben sich halt angeguckt, wie so verschiedene Verläufe sich sowohl auf die Wirtschaft als auch auf den Gesundheitsschutz auswirken würden. Und da haben sie zum Beispiel auch, das ist halt bei Modellierung nun mal so, Annahmen getroffen, Annahmen treffen müssen. Und da interessanterweise haben sie auch die Annahme zum Beispiel getroffen, dass diese 400 Gesundheitsämter in Deutschland mit 300 Neuinfektionen pro Tag klarkommen würden. Da schreiben sie mir, täglich 300 Neuinfektionen könnten die Beschränkungen weitgehend gelockert werden, ohne einen Anstieg der Fallzahlen zu erzeugen. Das fand ich erstmal interessant, weil das irgendwie ja auch alles so in diese Richtung geht, die wir hier prognostiziert oder angenommen haben. Zunächst ohne Quelle, aber jetzt gibt es dafür irgendwie zumindest eine Quelle. Und sie lassen bei diesen Modellierungen natürlich auch ein paar Sachen außer Acht, also wie psychologische Folgen oder soziale Auswirkungen. Aber das Interessante ist eben, dass weder die Gesundheit natürlich noch, aber auch die Wirtschaft davon profitieren würde, wenn man einfach alles aufmachen würde. Also ihr Maßstab ist so ein bisschen das, was bis zum 20. April galt, also diese doch recht strikten Ausgangsbeschränkungen, die danach gelockert wurden. Aber wenn man das einfach hochgemacht hätte, die Schranke, sagen sie, hätte nicht nur die Gesundheit vieler Menschen gelitten, sondern eben auch die der Wirtschaft. Und sie sind zu so einer Art Sweet Spot gekommen, möchte ich mal sagen, weil das ja so eine Optimierungsfrage ist. Ja, wie weit machst du auf, ohne dass es wieder losgeht? Und wie weit kannst du runtergehen, ohne dass du die Bürgerrechte zu sehr einschränkst und die Wirtschaft abwirkst? Und da sind die zu so einem Sweet Spot gekommen von ungefähr 0,75. Er sollte ungefähr bei 0,75 liegen. Dann wäre sozusagen die optimale Balance zwischen Gesundheitsschutz, Anzahl der prognostizierten Toten und Kosten für die Wirtschaft gegeben. Das fand ich einfach gut. Und dass sie sagen, vor diesem Hintergrund müssen wir die weitgehenden Lockerungen, die in allen Bundesländern Anfang Mai beschlossen wurden, eher kritisch beobachten. Also weil wir eben über 0,75 liegen. Ja, und das Spannende daran ist ja, dass zum Beispiel auf den Corona-Demos, auf die wir gleich auch noch weiter eingehen werden, häufig so das Argument aufgemacht wird, dass die Beschränkungsmaßnahmen Gift für die Wirtschaft seien und deswegen quasi im Interesse der Wirtschaft weiter gelockert werden müsse. Und ich finde es so spannend, dass genau dieses Argument ganz offensichtlich wissenschaftlich nicht haltbar ist. Jedenfalls nach den Thesen dieser beiden Studien ist es ja ganz im Gegenteil so, dass etwas mehr Einschränkungen dadurch, dass die ganze Epidemie dadurch eben abgeschwächt und abgebremst werden kann, unterm Strich sogar für die Wirtschaft Vorteile haben. Und das finde ich schon ein sehr spannendes Ergebnis. Genau, also Sie messen das wie gesagt immer so ein bisschen am Stand vom 20. April. Daran messen Sie das Ausmaß der Lockerungen. Und ich lese aus diesem Papier so ein bisschen raus, das was nach dem 20. April kam, geht Ihnen tendenziell ein bisschen zu weit. Also Sie hätten sich dafür ausgesprochen, das ein bisschen stufenweiser und vorsichtiger zu machen. Da müssen wir jetzt mal abwarten. Wie gesagt, die R-Zahl und alles, was wir eben gesagt haben, bildet das Infektionsgeschehen von vor ein, zwei Wochen ab. Da muss man jetzt aber abwarten. Aber erst mal scheint es nicht so zu sein, dass das ein Widerspruch in sich ist. Gesundheitsschutz schadet der Wirtschaft. Das ist doch schon mal ein interessantes Ergebnis. Klar, das ist jetzt eine Studie von zwei Instituten im Wesentlichen. Aber es ist doch immerhin mal der Versuch, etwas wissenschaftlicher an die Frage ranzugehen, welche Folgen denn eigentlich die Beschränkungen für die Wirtschaft haben, wenn man jetzt nicht nur unmittelbar darauf guckt, dass selbstverständlich ein geschlossenes Restaurant massive Verluste produziert. Das ist ja klar. Aber möglicherweise ist es trotzdem mittelfristig sogar die klügere Maßnahme. Und das fand ich schon sehr spannend. Aber Philipp, auch in dieser Woche müssen wir darüber berichten, dass es natürlich Menschen gibt, die mit vielen nicht einverstanden sind, was sich so tut rund um die Corona-Epidemie. Wir nennen das jetzt mal etwas, etwas verkürzt die Corona-Demos. Tausende demonstrierten an vielen verschiedenen Orten, wobei man sagen muss, dass in vielen Situationen auch die Teilnehmerzahl dieser Demos durch die jeweils zuständigen Versammlungsbehörden gedeckelt worden war. Das heißt also mutmaßlich wären vielleicht noch ein paar Leute mehr auf die Straße gegangen. Trotz der teilweise recht umfassenden Auflagen für die Demonstrationen gab es auch dort wieder einige Probleme aus der Perspektive der Infektionsprävention. Insbesondere wurde der Mindestabstand häufig nicht eingehalten. Viele TeilnehmerInnen an den Demos weigerten sich auch Mundschutz zu tragen. Aber auch aus einer, wie soll ich sagen, politisch-gesellschaftlichen Perspektive sind die Demos sicherlich nicht ganz ungefährlich. Der Verfassungsschutz zum Beispiel vertritt die These, dass Rechtsextreme diese Demos instrumentalisieren, um mit der Kritik an Corona quasi eine Brücke zu schlagen zum bürgerlichen Lager, um Anschluss an das bürgerliche Lager zu finden. Das ist ja quasi so eine Masterstrategie rechtsextremer Ideologen schon seit vielen Jahren, dass man versucht so ein bisschen aus der braunen Soße rauszukommen und stattdessen irgendwie so ins bürgerliche Milieu irgendwie anschlussfähig zu werden. Und auch inhaltlich, Philipp, geht es da schon ganz schön zur Sache. Ja, also viele hatten sich zum Beispiel Mundschutz umgehängt mit der Aufschrift Maulkorb. Und so verständlich ich das finde und so gut ich das finde, dass Leute demonstrieren können und sie sollen auch demonstrieren, aber man muss dann schon sehr ein bisschen auf die Argumente gucken. Und alleine, dass diese Demonstrationen stattfanden, finde ich, ist ein gutes Argument gegen diese Behauptung, der Staat würde einem einen Maulkorb verhängen. Denn da konnten sehr, sehr viele Leute sehr, sehr komische Sachen sagen und ihre Meinung sehr wohl kundtun. So ein paar Slogans, die die SZ zusammengesammelt hat, war und das beschreibt so ein bisschen, was so eine Grundhaltung ist, was so eine Kernbeschwerde vieler derer war, die dort auf die Straße gegangen sind. Das sind so Slogans wie Selbstverantwortung nicht abgeben, das Zwischenmenschliche geht verloren, war auch so eine Klage. Distancing kostet Lebenszeit von alt und jung, denke selbst gegen blinden Gehorsam. Also das sind so ein paar Forderungen und Bedenken, Slogans, die dort vorgetragen wurden. Also die alle davon ausgehen, dass ihnen das Denken verboten wird, dass ihnen vorgeschrieben wird, wie sie zu handeln haben. Und dass man lieber selber denken soll und sich nicht das vorschreiben lassen soll. Also so ein gewisser Verlust von staatsbürgerlicher Autonomie, denke ich mal. Wird da quasi beklagt, ob das denn wirklich so ist. Und was mir dabei wirklich zu denken gegeben hat, ist der rote Faden, der sich so durchzieht durch diese Thesen, die dort vertreten werden. Ja, der rote Faden scheint so ein bisschen zu sein. Der Staat slash Angela Merkel slash die Politik, die da oben, sie alle wollen vermeintlich das Volk knechten, verdummen. Aus einer rechtsradikalen Ecke kommt dann noch die These dazu, das Volk soll außerdem noch ausgetauscht werden. Diese Volksaustausch-These ist ja so ein Klassiker im rechtsextremen Milieu. Irgendetwas Dunkles geht da jedenfalls vor sich und die Leute scheinen zu einen eine unklare Angst vor einer korrupten Machtelite. Und das Problem ist halt, dass daraus so ein gewisser Duktus entsteht, als müsse man jetzt aufstehen gegen eine Diktatur. Ja, das ist also eine ganz gefährliche antidemokratische Selbstermächtigung, die, wie gesagt, in der rechten Ecke ja sehr häufig schon oder seit langem schon vertreten wird. Nicht umsonst gibt es da ja diese berühmten Prepper, die eben sich, wir haben das Nordkreuz-Phänomen vor einiger Zeit mal erläutert, wo also ganz gezielt Waffen gesammelt werden, zum Beispiel für einen möglichen Umsturz. Und da wird auch so eine ganz gefährliche Opferhaltung schon wieder kultiviert. Also natürlich zitiert man da sehr gerne das Grundgesetz und es wird so der Eindruck erweckt, als wenn das Grundgesetz jetzt mit Füßen getreten wurde von der Bundesregierung und damit dann wieder so eine Art Selbstverteidigung legitimiert wird. Oder jedenfalls so ein Auflehnen legitimiert wird gegen die quasi verfassungsmäßige Ordnung in der Bundesrepublik und den Ländern. Und das ist natürlich wahnsinnig gefährlich, denn wenn man darüber die ganze Zeit redet, dann gibt es natürlich auch immer wieder Einzelne, die sich dann möglicherweise so weit radikalisieren lassen, dass sie tatsächlich Gewalttaten verüben. Insofern glaube ich, wäre es wirklich gefährlich, das jetzt alles nur als Spinnerei abzutun. Denn das sind ja ganz offensichtlich Gedanken, die für einige Menschen durchaus anschlussfähig sind. Und da gibt es dann zum Beispiel auch so etwas merkwürdige Allianzen, Philipp, zwischen Rechten und Impfgegnern zum Beispiel. Ja, dazu hat der Spiegel, finde ich, ein ganz interessantes Interview veröffentlicht. Wir verlinken das natürlich alle. Ihr wisst das als treue Hörer und Hörerin. Alles, was wir so lesen und was hier Grundlage unserer Debatte ist, das verlinken wir und packen es in die Show-Notes. Und so auch dann dieses Interview. Und da finde ich, das gilt dann nicht für alle Menschen, die Probleme mit Impfen haben, aber einige dann eben schon, dass es da so eine Haltung gibt, die sagt, wir müssen uns durchseuchen lassen. Das ist der Wille der Natur. Und wer halt das nicht überlebt, der wird halt aussortiert. Und das sind eben auch Gedanken, die durchaus im rechten faschistischen Lager anzutreffen sind. Stärkere überleben, Schwache werden aussortiert. Dafür ist eben so ein Virus auch gut. Und diesen Preis muss eben eine Gesellschaft zahlen, so ein faschistisches Denkmodell. Außerdem ist man natürlich schnell, wenn man so davon ausgeht, dass all diese komplexen Zusammenhänge und Geschehnisse von einer dunklen Macht gesteuert werden. Also von so Verschwörungserzählungen, über die wir gleich noch reden. Da ist man natürlich auch schnell bei so uralten Erzählungen, dass das ja nur die Juden machen können und so. Also da gibt es dann schon enge Verbindungen ideologischer Art, wo sich Rechte und Impfgegner und solche Leute und Faschisten schnell auch ideologisch einig sind. Und ich glaube, das ist auch der Hebel, an dem, wie der Verfassungsschutz das ja geschildert hat, eben Rechte auch ansetzen, um diese Demonstration zu instrumentalisieren. Jetzt, wo zumindest erst mal klar scheint, dass aktuell man behaupten kann, ja, diese Epidemie ist an uns vorübergezogen. Alle Maßnahmen waren völlig überzogen und weit hergeholt und die ganzen Einschränkungen, die wir haben hinnehmen müssen, waren von bösem Willen und einem Komplott gesteuert. In dem Moment kann man sich natürlich wahnsinnig gut als Opfer stilisieren. Du hast das gesagt und deswegen glaube ich, springen jetzt auch die Rechten jetzt auf diesen Zug auf, weil es eben erst jetzt möglich ist, sich da wirklich deutlich als Opfer zu stilisieren. So Corona als Staatskatastrophe, das ist zum Beispiel auch ein Hinweis, den die Frau in dem Interview gegeben hat, dass wir aufpassen müssen, dass jetzt das, was passiert ist, natürlich eine Katastrophe war, eine Naturkatastrophe. Aber das so, wie wir als Gesellschaft darauf reagiert haben, bei allen möglichen Fehlern und Problemen, die das gab, dass das aber bisher zumindest keine Katastrophe war. Es war eine schwierige Situation, aber es war kein Staatsversagen oder kein Staatsscheitern. Diese Erzählung, da glaube ich, müssen wir aufpassen, dass das im Rückblick nicht so verklärt wird. Ja, also ganz ehrlich, dafür gibt es aus meiner Sicht überhaupt keine Anhaltspunkte. Ganz im Gegenteil, haben wir ja in der Lage ausführlich immer dokumentiert, wie die staatlichen Stellen in Deutschland auf verschiedensten Ebenen reagiert haben. Natürlich kann man vieles kritisieren im Detail. Wir haben zum Beispiel die anfangs unverhältnismäßigen Einschränkungen der Versammlungsfreiheit kritisiert. Es wird inzwischen auch ganz gut, finde ich, nachvollzogen, dass die Bundesregierung auf die Corona-Bedrohung insgesamt zu spät reagiert hat. Also insbesondere im Januar und Anfang Februar ist noch gar nichts passiert. Die wirkliche Reaktion setzte so Anfang März ein und da kann man sich fragen, ob das nicht drei, vier Wochen zu spät war, ob man nicht aus Wuhan früher hätte lernen können. Also man kann natürlich im Detail vieles kritisieren, aber im Ergebnis, glaube ich, kann von einem Staatsversagen keine Rede sein. Im Gegenteil, wir haben es mit einer im Großen und Ganzen vernünftigen und angemessenen Reaktion zu tun. Und wir haben insbesondere auch gemerkt, finde ich, dass staatliche Stellen nachgesteuert haben. Es war jetzt auch durchaus nicht so ein Durchregieren, sondern man hat sich ein bisschen herangetastet und hat dann gemerkt, man hat hier und da Fehler gemacht und hat die dann auch korrigiert. Und das finde ich ehrlich gesagt per Saldo eigentlich gut. Nun ist natürlich die Frage, wie soll denn jetzt eigentlich die Politik reagieren auf diese Demos? Also zunächst mal kann man sich natürlich die Frage stellen, sollte man das nicht vielleicht auch einfach nicht überbewerten? Ich meine, letztlich sind es ja nur ein paar tausend Leute, Philipp. Auf der anderen Seite ist es in sozialen Medien natürlich schon weit verbreitet und ich habe so ein bisschen die Sorge, wir könnten da in die Falle tappen, die am Anfang auch die AfD groß gemacht hat. Die AfD war ja ursprünglich mal eine winzig kleine Splitterpartei und sie hat dann schockierende Thesen rausgehauen, die dann wiederum enorme Aufmerksamkeit gefunden haben in den Medien. Sind wir da gerade, wie soll ich sagen, auf bestem Wege, diesen Fehler nochmal zu machen und ich sage mal diese Corona-Skeptiker oder denen eine Bedeutung, eine Reichweite zu verleihen, die sie eigentlich wahrlich nicht rechtfertigen? Tja, das ist eine schwierige Frage. Also es ist halt wirklich, glaube ich, ein Balanceakt. Ja, es sind nur einige tausend, die auf die Straße gehen, aber es sind immerhin einige tausend, nicht nur in einer Stadt, sondern in der ganzen Republik. Die Motive, wir haben es gesagt, sind durchaus unterschiedlich, extrem heterogen. Einige der Anliegen, finde ich, da kann man drüber debattieren. Andere, finde ich, sind jenseits von Gut und Böse und dürfen auf gar keinen Fall irgendwie eine größere Bühne bekommen. Insofern, momentan habe ich noch das Gefühl, dass so die Berichterstattung durchaus im Rahmen bleibt. Was natürlich nicht passieren darf, ist, dass man jetzt irgendwelche Ärzte, Verschwörungserzähler in Talkshows einlädt und so. Das, glaube ich, darf man, das darf nicht passieren. Aber momentan würde ich sagen, also ignorieren kann man es nicht. Man muss halt diese Meta-Ebene besteigen und sich überlegen, ich glaube ja, dass gerade die Rechten, Rechtsextreme, Verschwörungserzähler etc., für die ist diese Corona-Nummer ja nur ein Anlass. Das ist einer von vielen Anlässen. Die haben vor 2015 geflüchtet, die dann nach Deutschland kamen. Dann ist es irgendwelche Klimaforschung, die in Futter ist und die einen Anlass gibt für immer wieder dieselben Mechaniken. Und so ist es auch hier. Und ich finde, wenn man das unter diesem Fokus debattiert, wie sind die Mechaniken, welche Muster sehen wir? Dann hat das durchaus einen Mehrwert und eine Legitimation. Ja, worüber wir noch mal reden müssen, glaube ich, ist zum einen, dass die Politik natürlich die eigenen Regeln auch befolgen muss. Also Politik muss natürlich glaubwürdig sein. Was ganz sicher nicht funktioniert, ist, wenn Politik zum Beispiel fordert, Masken zu tragen, Abstand zu halten und dann zugleich aber Politiker öffentlich auftreten ohne Maske oder fast noch schlimmer, Politiker dabei fotografiert werden, wie sie in der Öffentlichkeit Menschen per Umarmung begrüßen. Und also Christian Lindner zum Beispiel wurde die Tage dabei quasi erwischt, wie er mit einem Leipziger Immobilien-Spekulanten ausgerechnet gekuschelt hat. Da kann man sich schon fragen, ob das denn tatsächlich angemessen ist und ob Politiker dann und Politikerinnen natürlich genauso da nicht einfach mit gutem Beispiel vorangehen müssen. Das ist das eine, was, glaube ich, wichtig ist. Das zweite, was aber auch sehr, sehr spannend ist aus meiner Sicht, ist die Bedeutung von Verschwörungsfantasien, Philipp, denn die scheinen ja noch eine zentrale Rolle zu spielen bei diesen Demos. Genau und um uns dieses Phänomen dieser Verschwörungserzählung, was ja mit vielen Fragezeichen zumindest bei mir versehen ist und bei uns versehen ist, mal etwas genauer erläutern zu lassen, haben wir Katharina Nohkun eingeladen. Wir hatten das ja in der letzten Lage schon ein bisschen angedeutet, dass sie ein Buch geschrieben hat und Publizistin ist, Aktivistin ist und auch ehemalige Politikerin. Sie war nämlich von Mai bis November 2013 politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschlands. Sie hat inzwischen auch bei CampAct, so einer Kampagnenplattform, eine Kampagne geleitet, die hieß Schutz für Edward Snowden in Deutschland. Und am Freitag hat Katharina Nohkun ein neues Buch vorgestellt, was sie geschrieben hat mit Pia Lamberti und der Titel ist Fake Facts wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Erstmal herzlich willkommen Katharina Nohkun in der Lage der Nation. Hallo. Wir haben jetzt ja so eine Phase, in der eigentlich die Beschränkungen Stück für Stück gelockert werden und wir zumindest so diese erste Phase größerer Beschränkungen hinter uns zu haben scheinen. Und ausgerechnet jetzt gehen Tausende auf die Straßen, um gegen eine sogenannte und vermeintliche Corona-Diktatur zu demonstrieren. Wie erklärst du dir das? Ich denke, dass in vielen Städten ganz unterschiedliche Milieus zusammenkommen. Also da sehen wir teilweise Menschen, die eher so nach Hippies aussehen. Also so eher Esoterik-Szene, vielleicht auch eher so Bio-Szene könnte man sagen. Und dann andererseits haben wir da eben auch waschechte Reichsbürger und halt eben auch Leute, die einfach sagen, mir gehen diese Einschränkungen zu weit. Ich stehe mit meinem Laden kurz vor der Pleite. Also so eine wilde Mischung kann man sagen, die in der einen Stadt mal eher einen Einschlag in die eine und in der anderen Stadt mal eher einen Einschlag in die andere Richtung hat. Und es braucht einfach immer Zeit, bis sich Protest zusammenfindet, bis Protest stattfindet. Und viele Menschen sagen ja nicht, ich melde ja etwas an, sondern sie warten meistens, bis andere Gruppen da selbst aktiv werden. Und da braucht es meistens immer so ein bisschen Zeit. Und ich denke, das ist so, wo er könnte ein Grund sein, wobei das natürlich auch nur eine Mutmaßung ist. Welche Gruppen sind denn das jetzt eigentlich, die sich da zusammenfinden und die im Grunde ja ganz unterschiedliche Thesen gemeinsam auf die Straße tragen? Ja, das Interessante ist, dass wir uns im Rahmen unserer Recherche wirklich über mehrere Monate hinweg unterschiedliche Milieus angeschaut haben, in denen Verschwörungserzählungen verbreitet werden. Da findet sich zum einen, ja, so sage ich mal, Esoterikbereich wieder, auch braune Esoterik. Also es gibt teilweise auch wirklich Esoteriker, die in diese rechtsextreme Schiene gehen. Bis hin zum Thema Gesundheit, wo wir eben Menschen haben, die glauben, es gibt eine große Impfverschwörung. Da würde die Wissenschaft mit drin hängen, die Politik und die Wirtschaft und da soll etwas vertuscht werden. Also ganz unterschiedliche Milieus. Und das Interessante ist, dass die jetzt sich quasi so Corona als Erzählung obendrauf gefropft haben und einen gemeinsamen Nenner haben. Also sie sind sich nicht so unbedingt einig darin, was sie jetzt wollen oder was Corona jetzt eigentlich ist. Also die einen sagen etwa, es gibt das Virus nicht. Die anderen sagen, es wäre eine Biowaffe. Und wieder andere sagen so, nee, das kommt eigentlich durch Handystrahlen. Und das ist eben das Interessante, dass diese Milieus zusammenkommen, geeint durch einen gemeinsamen Feind. Also die da oben, man hört auf ganz vielen Demonstrationen auch die, die eher so als gemäßigt eingeschätzt werden. Also jetzt nicht von Rechtsextremen organisiert, hört man ganz oft von der Bühne eben, wir würden in einem Merkel-Regime leben. Wir halten so etwas wie Systemmedien, die Dinge verschweigen. Und oft wird in Reden dann so angedeutet, es gibt einen großen Plan. Und das ist doch das Interessante, dass es, obwohl es so unterschiedliche Gruppen gibt, dann dieses gemeinsame Narrativ gibt. Es wird da etwas vertuscht, es wird verborgen. Und oft hört man dann so diesen Satz, naja, schaut mal ins Internet, im Internet steht dann die Wahrheit. Welche Rolle spielen denn da jetzt diese Verschwörungstheorien, um für diese Demos zu mobilisieren? Verschwörungserzählungen spielen eine große Rolle für die Mobilisierung, weil natürlich, ja Menschen, also es ist eine Frage, wenn ich halt auf die Straße gehe und sage, ich finde die Maßnahmen nicht richtig, sie gehen nicht weit genug oder sie gehen zu weit. Oder es braucht mehr Geld für Pflegepersonal, ja, das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn man sagt, es gibt eben eine große abgekaterte Verschwörung und Corona ist irgendwie Teil eines großen Plans, um eine neue Weltordnung zu errichten. Ja, das ist ja so eine Verschwörungserzählung, die es da so gibt. Und wenn man sich teilweise anschaut, wie Menschen in sozialen Netzwerken teilweise wirklich sehr angsterfüllt schreiben, dass sie Angst haben, beispielsweise der 15. Mai war so ein Stichtag. Da hatten wirklich viele Menschen Angst, dass jetzt so quasi am nächsten Tag die Panzer durch die Stadt rollen. Die glauben da wirklich ehrlich dran, ja. Also das ist natürlich auch eine andere Motivation, wenn ich glaube, es gibt so eine Ungerechtigkeit, die ich vielleicht kritikwürdig finde. Und eine andere, wenn ich davon ausgehe, so hier, wir stehen kurz vor der Diktatur. Und wenn diese Menschen in diesen Verschwörungserzählungen gefangen sind, die wirklich so dieses Schwarz-Weiß-Bild transportieren. Ja, wir sind die Guten und dann gibt es die Bösen und es gibt diesen Plan und wir decken den jetzt auf, ja. Und die Medien stecken damit unter einer Decke, dann radikalisiert das ja natürlich auch irgendwo. Es transportiert aber auch ein Gefühl von Machtlosigkeit. Und wir wissen eben aus Studien auch, dass Menschen, die so in diese, ja wirklich Hardcore-Verschwörungsszene abrutschen und dann wirklich davon ausgehen, alles wird kontrolliert, alles ist abgekatert, das wirkt sich auch sehr negativ auf das Wohlbefinden aus. Ja, man hat das Gefühl, man ist machtlos, ja, man ist ausgeliefert. Und es kann dazu führen, dass Menschen sich dann auch aus dem politischen Leben langfristig zurückziehen, weil sie eben sagen, warum soll ich zur Wahl gehen, ist doch sowieso alles manipuliert. Jetzt hast du eben auch von Verschwörungserzählungen gesprochen. Also du scheinst dieses Wort ja auch im Buch Verschwörungstheorie vermeiden zu wollen und zu vermeiden. Und ich habe, wie gesagt, in den letzten Tagen auch immer so ein bisschen darüber nachgedacht, was daran ist eigentlich eine Theorie, ist das nicht eigentlich, sind diese Erzählungen nicht eigentlich viel mehr Dichtung oder allenfalls eine Hypothese, die es noch zu erhärten gelte. Also warum verwendest du diesen Begriff Verschwörungstheorie nicht und sprichst eher von einer Verschwörungserzählung? Tatsächlich gibt es in der Wissenschaft schon seit längerem so eine Debatte um den Begriff der Verschwörungstheorie. Und da gab es eben immer mehr Wissenschaftler, die gesagt haben, naja, wir lehnen diesen Begriff ab, weil eine Theorie eben ein Begriff aus der Wissenschaft ist. Und eine Theorie, die muss immer falsifizierbar sein. Das heißt, ich muss die Möglichkeit haben, als Wissenschaftler hinzugehen und sie zu widerlegen. Das ist ja in der Wissenschaft ein normaler Vorgang. Man irrt sich, dann kommt jemand an, das hat eine Entdeckung, dann ist der Wissenschaftler normalerweise im Idealfall auch dankbar und sagt, so super, es gibt neue Erkenntnisse, ich verwerfe meine Theorie, ich stelle eine neue auf. Bei Verschwörungsideologen ist es allerdings oft so, dass Beweise erbracht werden. Beispielsweise, naja, die Erde ist nicht flach. Das wissen wir schon seit längerer Zeit. Trotzdem bleiben dann Verschwörungsideologen häufig dann dabei und sagen, so ja, interessiert mich nicht. Ich habe meine eigenen Beweise, an die ich glaube. Und man kann sich nicht mal mehr auf so gemeinsame Nenner wie wissenschaftliches Arbeiten. Also wie funktioniert das eigentlich? Was sind Kriterien für Wahrheit? Da kann man sich nicht mehr darauf einigen. Das heißt, in vielen Fällen sprechen wir eben von Menschen, für die der Glaube an etwas auch wichtig ist. Deshalb kann man auch sagen, das sind halt, du hast es als Märchenerzähler vielleicht beschrieben. Man könnte auch sagen, Verschwörungsideologen. Es ist eine Ideologie, ein geschlossenes Weltbild, wo irgendwann rationale Argumente nicht mehr durchdringen. Und da war uns auch wichtig, diese Trennung zu machen. Wir sind auch ganz bewusst im Buch auch auf so Diskussionen eingegangen, wie was ist beispielsweise eine legitime Form von Spekulation oder Hypothese. Also wir denken, dass es auch in der Demokratie natürlich dazu gehört zu sagen, ja, bestimmte Sachen sind unplausibel oder wahrscheinlicher. Aber der Unterschied ist eben in so einer Diskussion bei einem Bier, wenn ich irgendwie sage, naja, die offizielle Version hört sich jetzt irgendwie nicht stringent an, dann spekuliere ich. Und ich sage auch, dass ich spekuliere. Und ich behaupte nicht, ja, das muss auf jeden Fall so sein, auch wenn ich keine Beweise dafür habe. Und da gehen Verschwörungsideologen eben meistens diesen Schritt weiter, dass sie sagen, ja, Beweise, das ist in erster Linie nicht das, woran ich meinen Glauben ausrichte. Du hast gerade schon mehrfach die Menschen angesprochen und erwähnt, die denn tatsächlich auf solche Verschwörungserzählungen hereinfallen. Kann man das so ein bisschen zusammenfassen, welche Menschen dafür besonders empfänglich sind? Ja, also Studien haben, also es gibt ziemlich viele Studien, die sich damit auseinandergesetzt haben. Da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Ergebnisse, die da immer zitiert werden. Man kann schon sagen, in der Regel, dass Männer dafür anfälliger sind als Frauen. Und dass es auch irgendwo einen Zusammenhang zu Bildung, Intelligenz gibt. Aber ich würde davor warnen, da jetzt zu sagen, das sind so die Indikatoren, die wichtig sind. Weil wir ja wissen, dass aus der psychologischen Forschung, dass vor allem dieser psychologische Effekt des Kontrollverlusts eine große Rolle spielt. Also wenn Menschen das Gefühl haben, um sie herum bricht irgendwo Chaos aus, es passieren Dinge, die unvorhergesehen sind. Es kann sein, ein Terroranschlag, ein Krieg, kann natürlich aber auch eine Pandemie sein, können aber auch private Schicksalsschläge sein. Also beispielsweise eine Trennung, der Verlust des Arbeitsplatzes. Solche Krisen führen dazu, dass wir das Gefühl haben, wir haben unser Leben nicht unter Kontrolle. Und dann kann man eben sagen, ist der Glaube an Verschwörung irgendwo eine Art Bewältigungsstrategie. Weil ich habe dann quasi ein Konstrukt, einen großen Plan, den kenne ich. Ich kenne auch die Schuldigen. Das ist zwar alles dann nicht schön, woran die Menschen glauben. Also es ist ja meistens nicht so die rosa-rote Welt, sondern sehr apokalyptisch und beängstigend. Aber es ist trotzdem irgendwo einfacher zu ertragen als so eine bloße Unsicherheit. Und gerade jetzt in der Pandemie haben wir so eine Art kollektiven Kontrollverlust. Das heißt, man schaut sich um im Freundeskreis. Die Menschen wissen nicht, wie geht es weiter mit meinem Job? Wie geht es auch weiter im Privaten? Was darf ich, was darf ich nicht nächsten Monat? Und dann guckt man in die Politik und merkt so, die wissen es halt auch nicht so richtig. Ich meine, ist klar, es ist eine neue Situation für uns alle, aber es verunsichert eben viele Menschen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass Menschen dazu neigen, bei großen Ereignissen eher zu spekulieren, dass es eine große Ursache haben muss. Wir haben ein großes Problem damit, bei historischen Ereignissen irgendwo zu akzeptieren, dass manche Dinge einfach Zufall sind. Also einfaches Beispiel der Tod von Prominenten durch einen Unfall oder eine Krankheit. Da denken viele Menschen so, der war doch Prominent. Das kann nicht sein, dass Lady Di einfach durch einen Autounfall gestorben ist. Da muss der Geheimdienst dahinter stecken. Oder Elvis, auch klassisches Beispiel. Und dann kann man sagen, also du hattest ja gefragt, gibt es bestimmte Menschen? Also es sind ja Faktoren, die treffen bei uns allen zu. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger natürlich. Und dann gibt es aber natürlich auch Menschen, für die sind Verschwörungserzählungen, ja, die erfüllen so eine instrumentelle Funktion, könnte man schon sagen. Das heißt, wenn ich glaube, ich bin Teil einer auserwählten Gruppe, ich kenne die Wahrheit, dann macht das natürlich auch, dass ich mich irgendwo besonders fühle. Ja, also selbst wenn das Leben um mich herum in Chaos versinkt, dann kann ich zumindest für mich in Anspruch nehmen, ich bin Teil einer kleinen Elite irgendwo, eine Wissenselite. Und alle anderen sind Teil der Verschwörung oder dumm. Ja, und das hat eine gewisse Anziehungskraft, eine gewisse Attraktivität für einige Menschen. Und das macht es natürlich auch so schwer, Menschen manchmal wieder da rauszuziehen. Weil wenn das so ein essentieller Teil dessen ist, wie ich mich sehe, ja, wie ich mich positiv wahrnehme, dann ist es auch sehr schwer, dann davon loszulassen. Weil man dann merkt so, okay, ich bin genauso hilflos wie alle anderen auch. Wir haben eine Menge Kommentare bekommen zu diesem Thema Verschwörungserzählungen. Und da sind eine Menge schlauer, interessanter, lesenswerter Kommentare bei uns unter lagerdernation.org aufgeschlagen. Einer davon kam von Martin, er sagt, er sei evangelischer Theologe. Und er sagt, das Revival der Magie und der religiösen Fundamentalismen vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart sei ein Zeiteffekt des Siegeszugs der Empirie bzw. der Technisierung der Welt. Verschwörungstheorien reduzierten überkomplexe Situationen quasi magisch in nachvollziehbare Kausalitätsketten bzw. destillierten konfrontierbare Feindbilder raus. Verschwörungsideologien seien von der Denklogik her weltliche Magie. Die Nebeneffekt des logischen Denkens und des philosophischen Naturalismus. Werden wir zunehmend abergläubisch und technikaffin zugleich? Oder ist das einfach eine Minderheit, die es immer schon gibt, die jetzt einfach lauter wird? Es ist definitiv eine Minderheit. Und wenn wir uns jetzt anschauen, auch die Diskussionen um die Demonstrationen, muss man auch ganz klar sagen, ja, in einigen Städten gehen eben ein paar hundert Menschen auf die Straße gegen Corona-Pandemie-Bekämpfungsmaßnahmen. Oder teilweise haben manche auch Schilder so, ja, das Virus gibt es nicht. In einigen Städten sind es eben ein paar Tausend, beispielsweise Stuttgart oder München. Trotz allem ist das eine verschwindende Minderheit. Also wir sehen eben in Umfragen, dass das Vertrauen in Wissenschaft sehr stark zugenommen hat in den letzten Wochen. Das Vertrauen in die Politik ist gestiegen. Auch das Vertrauen in die Regierungsparteien ist gestiegen. Also so gut stand die Union ja in Umfragewerten, seit langem nicht da, muss man sagen. Aber es gibt eben diese kleine Minderheit, die es schon vorher gab, die ja teilweise eine große Verschwörung wittert in der Politik, in den Medien, die wissenschaftliche Erkenntnisse nicht anerkennen will. Da finde ich es interessant, dass viele Menschen sagen so, ja, ich wundere mich, wo die jetzt alle herkommen. Im Zuge unserer Recherche haben wir uns auch so eine Esoterikmesse angeschaut. Das war hier in Berlin-Wilmersdorf. Eine sehr interessante Tagesveranstaltung, wenn ihr mich fragt. Wir sind da hingegangen, um uns das mal anzugucken, was für Milieus sich dort treffen. Und interessant war, dass dort bei einer Veranstaltung zum Thema Impfung dann ein Arzt, also er war tatsächlich ausgebildeter Arzt, dann irgendwas von Tarot erzählt hat und davon, dass Menschen, die homosexuell sind, ja auch irgendwie gestört seien. Und dann hieß es noch, er wisse auch gar nicht, warum die AfD rechtsextrem ist. Und zwischendurch hieß es noch, Impfungen würden dazu führen, dass Homöopathie nicht mehr richtig funktionieren kann. Also so eine ganz wilde Mischung aus unwissenschaftlichen Thesen und die Menschen haben geklatscht. Wir fanden das auch recht verstörend, also was für Absätze so in diesem Bereich gemacht werden. Also da wird dann eben so eine große Verschwörungserzählung erzählt. Also die Pharmaindustrie, die Wissenschaft, die verweigert euch irgendwie wahre Erkenntnisse zum Thema Impfung oder zum Thema Krankheiten. Krebs gäbe es eigentlich eine Heilung und gegen Aids helfen Edelsteine. Und die werden dann auch verkauft. Und am Anfang ist man natürlich so ein bisschen belustigt auf so einer Veranstaltung und schaut sich das so an. Und dann sagt eine Frau zu einer anderen so, ja toll, dass ich davon erfahren habe in meinem Hexenzirkel. Und man denkt sich so ein bisschen, haha. Aber dieses Lachen vergeht einem dann, wenn man irgendwann realisiert, okay, diese ältere Dame, die hier sich so von Stand zu Stand schleppt, wir wissen nicht, ob die gerade eine Chemotherapie abgebrochen hat und sich jetzt sozusagen alternativen Verfahren zuwendet. Und gerade so in diesem Bereich Homöopathie, Anthroposophie, also man kann nicht sagen, dass das alles Verschwörungsideologen sind, auf gar keinen Fall, ja. Aber also in diesem Dummstfeld versuchen eben Verschwörungsideologen auch, Menschen für ihre Ideen zu gewinnen. Das kann man ganz klar sagen. Ich würde trotzdem noch mal gerne auf die Frage eingehen, die Philipp ja eigentlich gestellt hat, nämlich dieses Zitat von unserem Hörer Martin, dem, wer sagt, evangelischen Theologen. Würdest du jetzt tatsächlich sagen, oder findest du diesen Ansatz plausibel, dass er sagt, naja, also unser rationales Denken, das ist jetzt meine Paraphrase, unser rationales Denken verursacht im Grunde so eine Art emotionales und theologisches Vakuum. Und deswegen suchen sich Menschen eben so eine Art weltliche Magie. Ja, also um, wie er das formuliert, durch Verschwörungserzählungen, überkomplexe Situationen, quasi magisch auf nachvollziehbare Kausalitätsketten und konfrontierbare Feindbilder zurückzuführen. Ja, also momentan ist ja Bill Gates mit einem Mal total attraktiv als Feindbild. Findest du das plausibel? Habt ihr das in eurer Recherche auch feststellen können, dass das sowas quasi Religiöses hat? Ich habe interessanterweise tatsächlich letztens noch ein Gespräch in eine ähnliche Richtung gehabt. Da hieß es eben so, ja, ist es vielleicht ein Ersatz für Religion, weil eben ja auch die Zugehörigkeit zu kirchlichen Gruppen in Deutschland, Europa generell abgenommen hat. Aber hierzu muss man sagen, wenn wir in die Geschichte zurückblicken, beispielsweise im Mittelalter, gab es sehr viele Menschen, die an Verschwörungserzählungen geglaubt haben. Also Schwarze Pest, antisemitische Verschwörungserzählungen, wo es dann hieß, ja, die Juden, die vergiften die Brunnen. Und dann kam es eben auch zu schrecklichen Progromen infolgedessen. Und da kann man sagen so, na ja, damals haben ziemlich viele Menschen an die Kirche geglaubt. Also hätte es eigentlich kein Vakuum geben müssen. Und trotzdem haben die Menschen das eben geglaubt. Und von daher, ja, wäre ich vorsichtig, da solche Erklärungsansätze heranzuziehen, weil wir das wirklich nicht wissen. Und das im Einzelfall auch sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Und was wir wissen ist eben, also von Einzelfallbetrachtung, auch aus unterschiedlichen Szenen, dass vor allem auch, ja, so Einzelschicksale, Schicksalsschläge ein Grund sein können, warum Menschen wirklich in diese harte Verschwörungsszene abdriften, wo man dann am Ende irgendwo sich versucht, dann mit Edelsteinen zu heilen und glaubt, so die Systempresse, die lügt und die Politik, die stecken alle unter einer Decke. Und oft ist es so, dass man dann, ja, so eine Verunsicherung hat. Und dann trifft man eben auf eine Gruppe, die erklärt mir eben die Welt, ja. Und das ist dann besonders anziehend in dieser Situation. Ich denke, es ist auch wichtig zu verstehen, dass wir nicht alle irgendwie verrückt sind, sondern dass wir alle irgendwo die Veranlagung in uns tragen, in Krisen eher anfällig für solche vereinfachte Schuldzuschreibungen zu sein. Weil es sind ja auch nicht die einfacheren Geschichten, wenn man sich mal mit jemandem unterhält, der einem dann so eine QAnon-Verschwörungserzählung versucht nahezubringen, die 50 verschiedene Akteure, 30 Unternehmen und, weiß ich nicht, 50 Orte mit einbezieht. Das ist nicht die einfachere Erklärung. Ja, das ist die kompliziertere. Die ist aber einfacher auf der emotionalen Ebene, weil ich eben klare Schuldige habe. Und ich bin Teil der Guten. Und wir haben noch einen anderen Hörer, Fabian. Er sagt, er sei Lehrer, der auch noch kommentiert hat und einen anderen Aspekt anschneidet, der aber so ein bisschen in diese Richtung geht. Er sagt nämlich, dass es vielen Menschen, und das höre ich auch aus dem privaten Umfeld, extrem Schwerfalle im Netz zu erkennen, was, sagen wir mal, Wahrheit ist ja immer so ein bisschen ein züchspältiger Begriff, aber was zumindest belastbares Wissen ist. Er sagt, zentrales Problem sei, dass die meisten Menschen zwar googeln können, im Internet aber überhaupt nicht unterscheiden können, was seriöse, wissenschaftlich fundierte Informationen sind und was nicht. Zunächst wird einfach für wahrgehalten, was mehrfach oder vielfach im Internet erscheint, also leicht bei Google zu finden ist. Für Laien ist das nicht trivial, Bullshit, von gesicherten Informationen zu trennen. Was würdest du denn sagen, wie trennt man im Netz Quatsch von belastbarem Wissen? Ja, zunächst einmal sollte man sich angewöhnen, wenn man Dinge in Messengern bekommt, statt die direkt irgendwo weiterzuleiten, auch erst mal zu gucken, wie plausibel ist das. Und eine Möglichkeit kann sein, wenn jemand etwas teilt, und das ist eine Nachrichtenseite, dann schauen, schreiben da andere drüber. Also es kann ein mögliches Kriterium sein, bei einem angeblichen Großereignis, ob das denn tatsächlich stimmt. Es gibt auch Fälle, wo Bilder weitergeleitet werden oder geteilt werden. Und da wird beispielsweise behauptet, das ist jetzt so die Demo in Berlin gegen Corona. Und dann schaut man, recherchiert man und stellt fast so, das Bild ist aber von der Demo von vor einem Jahr. Und so etwas kann man mit der Google-Bildsuche ganz gut selbst machen. Ich würde grundsätzlich immer empfehlen, zu schauen, was ist das für eine Quelle? Also hat die in der Vergangenheit beispielsweise schon Fehlinformationen verbreitet? Und wenn man beispielsweise darauf stößt, dass eine bestimmte Quelle systematisch bei Faktenfindern Meldungen produziert, weil diese das eben richtigstellen müssen, dann sollte man das mit Vorsicht genießen beziehungsweise auch nicht weiter verbreiten. Ja, und Stichwort Faktenfinder kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, dass unterschiedliche Medien, wie beispielsweise ZDF, hat das aber auch korrektiv, die suchen systematisch nach Meldungen im Netz, die falsch sind oder teilweise falsch sind und recherchieren eben mit ausgebildeten Journalisten, die dann gucken, was ist da dran und was ist da falsch. Und da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, vorab zu gucken, ob sie da einen Treffer landen. Ich habe das, wenn ich dir so zuhöre, eben so verstanden, als könnte man Menschen, die Verschwörungsideologien verfallen, so ähnlich ein bisschen betrachten, wie zumindest systematisch, wie Rechtsextremisten. Rechtsextremisten, also Rechtsextremisten verabschieden sich aus einem Wertekonstrukt, was wir in demokratisch-freiheitlichen Gesellschaften für uns geschaffen haben und auf dem wir aufbauen. Und Anhänger von Verschwörungsideologien verabschieden sich unter anderem aus dem System, wie wir zu belastbarem Wissen kommen und halten sich einfach nicht mehr daran. Und die Frage ist, wie soll man jetzt mit diesen Leuten umgehen? Ja, also es wird ja viel davon auch geredet, dass Verschwörungstheorien sich so immunisieren gegen Argumente, ja, also dass, wenn eine Verschwörungstheorie nicht eintrifft oder nicht zu belegen ist, dann belegt das wiederum nur die Macht der Verschwörung, dass sie in der Lage ist zu verhindern, dass die Verschwörung aufgedeckt wird. Also wie soll man mit diesen Menschen medial und politisch umgehen? Ja, also ich denke, dass man ganz klar unterscheiden muss, medial, politisch und privat. Ja, also gerade, wenn ich so etwas online sehe, öffentlich, ja, dann finde ich, ist Widerspruch ganz wichtig. Da geht es nämlich nicht darum, den gegenüber zu überzeugen, sondern vor allem um die stillen Mitleser, ja, die das lesen und dann erst mal vielleicht gucken, so, hm, wie sind die Reaktionen? Und da macht es durchaus Sinn, dann zu reagieren, entweder mit einem Faktencheck oder, ja, manchmal vielleicht auch mit Humor. Das kann auch eine Lösung sein. Im privaten Umfeld sieht es anders aus. Also natürlich kann man den Kontakt irgendwie zur Schwester oder zum Bruder abbrechen. Vorher sollte man aber vielleicht gucken, ob man diese Menschen vielleicht nicht noch irgendwo aus dieser Welt rausziehen kann, ja. Und natürlich bei Rechtsextremismus, Antisemitismus muss man ganz klar sagen, das geht gar nicht, ja. Also muss man ganz klar eine rote Linie ziehen, auch im Gespräch und sagen so, du hör mal, du verbreitest hier menschenfeindliche Hassbotschaften. Das geht einfach jetzt nicht hier beim Familienessen. Bei Verschwörungserzählungen sollte man aber trotzdem irgendwo schauen, dass man also nicht ganz den Kontakt abbricht, auch wenn man natürlich gucken muss, wie gehe ich damit um, wenn ich mit solchen Sachen konfrontiert werde, geht es mir damit gut. Aber trotzdem irgendwo zu schauen, dass man eine Tür offen lässt. Also ich würde immer dazu raten, ins Zwiegespräch zu gehen, also unter vier Augen sprechen, nicht in der Gruppe. Dann ist es einfacher für den anderen ohne Gesichtsverlust vielleicht auch zuzugeben, dass er an der einen oder anderen Stelle vielleicht Unrecht hat, statt 20 Argumente vielleicht ein gutes Argument zu bringen. Und oft ist es so, dass wenn Menschen schon so sehr abgerutscht sind in diese Erzählung, es gibt eine große Medienverschwörung oder so etwas, dann bringen auch Faktenchecks nichts mehr, weil sie sagen, ja die Quelle, die ist unseriös, das ist Teil der Systempresse. Und da macht es Sinn, manchmal auch Fragen zu stellen. Also beispielsweise, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass ein veganer Kochbuchautor auf Instagram die große Weltverschwörung aufdeckt, wenn Bill Gates und andere doch so mächtig sind, wie du sagst. Also es wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber vielleicht so Fragen stellen, wie glaubst du, dass es eine globale Wissenschaftsverschwörung gibt, da müssten doch über eine Million Menschen wahrscheinlich dann mit drin hängen. So warum packt da keiner aus, ist doch total unwahrscheinlich. Oder das fand ich ganz interessant, es gab so eine Diskussion, die ist online ziemlich viral gegangen die letzten Tage. Da hat ein Polizist in Berlin mit einem Demo-Teilnehmer gesprochen und dann einfach gesagt, naja, jetzt erklären Sie mir doch mal, warum, wenn Sie das so sagen, wie Sie das sehen, irgendwie, warum Wladimir Putin dann dieselben Maßnahmen erlassen hat wie Deutschland und andere westliche Länder, sprich Social Distancing und solche Sachen. Und dann ist derjenige ins Schwimmen gekommen, weil das so ein bisschen mit diesem, auch von RT Deutsch, also russischen Sender verbreiteten Weltbild, nicht so übereinstimmt, wo es dann immer hieß, naja, in Russland ist die Welt in Ordnung und woanders nicht. Was man aber auch nicht vergessen sollte, gerade im privaten Umfeld, einfach auch mal fragen, wie geht es dir eigentlich gerade? Weil wir wissen eben auch von Beratungsstellen, dass das ein guter Weg sein kann, auf menschlicher Ebene irgendwo durchzudringen. Und manchmal sind die privaten Probleme ja auch der Auslöser dafür, dass man sich überhaupt in diese Welt flüchtet. Und wenn man hilft, die in den Griff zu bekommen oder vielleicht auch Einsamkeit oder so etwas in den Griff zu bekommen, indem man einfach Zeit für den anderen hat, dann sind diese Erzählungen vielleicht auch nicht mehr so attraktiv. Also Beratungsstellen sagen, man sollte eingreifen, möglichst früh, also möglichst nicht irgendwo totschweigen oder hoffen, dass es von alleine weggeht. Aber man muss sich auch klar machen, so einen Faktencheck, der wird es in den meisten Fällen nicht reparieren. Man muss da schon Arbeit reinstecken. Gerade so, wenn es um Familie und Freunde geht, ist man doch in der Position, dass man einen viel größeren Einfluss auf die Leute hat als alle ZDF-Faktenchecks dieser Welt. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Katharina Nohkuhn. Sie ist Publizistin und hat vor kurzem gemeinsam mit Pia Lamberti ein Buch über Fake Facts veröffentlicht, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Herzlichen Dank, Katharina, dass du für uns Zeit hattest. Danke für die Einladung. Das führt uns zu einem Thema, was mir irgendwie in den letzten Tagen auch durch den Kopf gegangen ist, ein bisschen aufgehängt an einem Beitrag des ZDF. Also das ZDF hat so einen Beitrag gemacht und Kritik am Robert-Koch-Institut geübt. Und dann, weiß ich nicht, das basierte so ein bisschen auf einem Pesenpapier von Wissenschaftlern. Und das ZDF hat er in so einem Fünf-Minuten-Beitrag, haben wir verlinkt, dem Robert-Koch-Institut so, wie sagen wir, drei, vier, fünf Vorwürfe gemacht, dass die Infizierten nicht, also die Neuinfizierten nicht ins Verhältnis zu den gemachten Tests gesetzt werden, dass das RKI anfänglich abgeraten, davon abgeraten hätte, Obduktionen von Toten zu machen, die mit dem Virus infiziert waren. Dann wurde der Vorwurf gemacht, dass Daten fehlen, also das RKI hätte viel früher eigene Forschung anstellen müssen, hätte viel früher schon Mitte März hingehen müssen, zum Beispiel nach Heinsberg, um Daten zu sammeln, hätte repräsentative Stichproben in der Bevölkerung machen müssen, um einen besseren Überblick dazu zu bekommen, wer nun erkrankt ist oder infiziert ist und wer nicht oder wer es vielleicht schon war. Und der letzte Vorwurf war, dass das RKI verschwiegen hätte, dass diese Zahl R schon im Sinken begriffen war zwei Tage bevor staatliche Maßnahmen, Ausgangsbeschränkungen eingeführt haben. Wir haben das hier besprochen, gab es verschiedene Ursachen, warum das so passiert ist. Das RKI hat diese Zahl, sagt das ZDF erst halt später, zwei Tage später veröffentlicht. Das RKI begründet das damit, dass diese Zahlen noch hätten validiert werden müssen. Diese Vorwürfe im Einzelnen, glaube ich, muss man jetzt nicht diskutieren. Das hat das ZDF vorgebracht. Ich habe mich nur gefragt, wie das so in diese ganze Debatte reinpasst. Also ich habe mich dabei ertappt, wo man so denkt, ach ZDF, jetzt fang doch nicht an, weißt du, das RKI zu kritisieren. Muss das jetzt sein? Ist das die richtige Front? Ich weiß nicht, wie dir das geht, Ulf, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, uns von so diesen Demonstranten und diesen Verschwörungserzählungen, die da erzählt werden und diese Kritik, diese Fundamentalkritik, die dort am Staat und ihren Vertretern und dem Handeln geübt wird, dass das nicht dazu führt, dass jede Kritik an Institutionen, an staatlichem Handeln sofort unter so einem Verschwörungs- und Fundamentalkritikverdacht steht. Nein, also da muss man, da muss man, glaube ich, schon sehr deutlich sagen, dass es ja einen großen Unterschied macht, ob man eine Kritik jetzt in Form einer Verschwörungserzählung oder mit dem Narrativ Staatsversagen und Diktatur versieht oder ob man Kritik wirklich übt, quasi aus einer klassisch-journalistischen Perspektive, um den in Anfangstrichen Mächtigen, den staatlich Verantwortlichen, insbesondere aber auch den Verantwortlichen in der Wirtschaft, quasi auf die Finger zu schauen. Also das scheint mir doch die zentrale Funktion des Journalismus in der Presse zu sein, zu sagen, was ist. Und man darf aus taktischen Gründen natürlich nichts verschweigen. Also wenn man den Eindruck hat, das RKI macht Fehler, dann darf man jetzt nicht aus falsch verstandener Solidarität mit dem Robert-Koch-Institut solche Fehler nicht berichten, um zum Beispiel irgendwie keine Unsicherheit zu schüren in der Bevölkerung. Das wäre aus meiner Sicht kein Journalismus mehr. Die Frage ist eben nur, mit welchem Narrativ verbindet man das? Und wenn man sagt, was aus meiner Sicht, glaube ich, eine realistische Beschreibung ist, das Robert-Koch-Institut fährt quasi auf sich. Das Robert-Koch-Institut ist mit einer völlig neuen Situation konfrontiert und tut, was es kann. Aber es macht dabei auch Fehler. Und dann muss man, glaube ich, dann kann man über solche Fehler auch berichten, ohne dass man zum Beispiel, wie soll ich sagen, die Glaubwürdigkeit des Robert-Koch-Instituts generell ankratzt. Und das ganz Zentrale ist aus meiner Sicht da das Stichwort der Fehlerkultur. Und da wiederum sehe ich dann eben auch nicht nur die Presse in der Verantwortung, sondern eben auch tatsächlich die politisch Handelnden und muss eben mit Fehleinschätzungen transparent umgehen. Also ich meine, wir versuchen das als JournalistInnen oder in einem journalistischen Format wie der Lage. Ich bin ja immer sehr vorsichtig, bezeichne mich nicht als Journalist, weil ich nicht maßgeblich vom Journalismus leben kann. Sondern eben Beamter bin. Deswegen bin ich da mal vorsichtig. Aber wir haben ja ein journalistisches Format und wir versuchen hier ja auch, so eine transparente Fehlerkultur zu leben. Indem wir einfach sagen, hier, das war falsch. Richtig wäre Folgendes. Und das muss man, glaube ich, genauso auch von staatlich Handelnden erwarten. Und wenn man mit berechtigter journalistischer Kritik so transparent umgeht und sagt, ja, wir haben Fehler gemacht, aber wir haben dazugelernt, dann muss das auch die eigene Glaubwürdigkeit nicht beschädigen. Also ich würde so weit gehen, zu sagen, Fehler in der Lage, die wir transparent offenlegen und korrigieren, die tragen zu unserer Glaubwürdigkeit eher bei. Man könnte ja sagen, ihr habt was falsch gemacht, euch glaube ich nicht. Im Gegenteil, die Menschen, so jedenfalls lese ich das aus ganz vielen Kommentaren bei uns, die Menschen glauben uns gerade deswegen, weil sie wissen, wenn wir was falsch machen, dann legen wir es auch offen. Genau und ich denke, es ist ja auch völlig unstrittig. Hat der Staat, hat die Politik alles richtig gemacht? Sicher nicht. Geht ja gar nicht. Waren alle Maßnahmen notwendig und kamen genau zum richtigen Zeitpunkt? Wahrscheinlich nicht. Und da kann man auch drüber debattieren. Also Schweden, das nur als Fußnote, wird immer hier angeführt. Ja, die haben das doch ganz anders gemacht. Die haben viel weniger restriktive Maßnahmen eingeführt. Das stimmt sicherlich, aber das haben jetzt auch Studien gezeigt, haben wir verlinkt. Der wirtschaftliche Schaden in Schweden ist ähnlich und sie haben viermal mehr Tote pro 100.000 Einwohner. Das muss man wollen. Man kann sagen, ja, das machen wir, das nehmen wir in Kauf. Deswegen schränken wir die Leute nicht so ein und vertrauen darauf, dass sie es selber machen. Aber in Schweden, das muss nicht überall so sein, aber in Schweden hat es dazu geführt, dass pro 100.000 Einwohner fast viermal so viele Menschen gestorben sind an Covid-19 wie in Deutschland. Also natürlich und darüber kann man debattieren. Ein Reflex, den ich bei Journalisten, Journalisten manchmal beobachte, ist so, ja, wenn wir da Fehler offenlegen oder bei auch, könnte ich mir vorstellen, dass es bei Beamten, Behörden, Beamtinnen der Fall ist, wenn wir Fehler offenlegen, dann stürzen sich doch die Rechten und die Verführungserzähler über uns. Und da würde ich sagen, da kann man nichts machen. Die werden alles, alles, jeden Fehler, den man begeht, für ihre Zwecke missbrauchen und da irgendeine Erzählung draus stricken. Uns bleibt da einfach nichts anderes übrig, als unsere Maßstäbe, sowohl unsere Wertmaßstäbe, als auch unsere Maßstäbe, wie wir zu Erkenntnissen gelangen, transparent zu machen, offen zu legen und wenn wir ihnen selber manchmal nicht gerecht werden, das auch offen zu legen. Ich glaube, das muss die Lehre aus diesen Geschichten sein. Ja. Und oder? Ich meine, sonst verrennen wir uns da. Und wenn wir uns da jetzt zum, also immer nur gucken, was irgendwelche Leute aus unseren Fehlern vielleicht stricken, dann begeben wir uns schon in diese Machtsphären. Ja, und dann haben wir schon unsere Werte und unser System, wie wir zu Erkenntnissen gelangen, aufgegeben. Ja, natürlich kannst du nicht verhindern, dass Kritik, die man als Journalist eben oder als JournalistInnen natürlich üben muss, auch von irgendwem instrumentalisiert wird, um die in seine finstere Agenda einzubauen und damit zum Beispiel generell Skepsis am RKI oder an der Bundesregierung zu nennen. Das kannst du nie verhindern. Aber ich glaube, es wäre der wesentlich höhere Preis, wenn man jetzt bei einem journalistisch arbeitenden Format hingehen würde und Kritik verschweigen würde. Also das geht einfach gar nicht. Man muss halt sagen, was ist. Ja, das macht die Presse aus. Und damit, da kann man auch einfach nicht von abrücken, ohne, ohne dass man diese wichtige Wächterfunktion in der Demokratie aufgibt. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch schwer, den Hinweis muss man glaube ich noch machen, dass es auch deshalb so schwer ist, gerade jetzt in so einer Pandemiesituation, in so einer absoluten Ausnahmesituation, wo wir auch quasi, wie das Drosten ja auch formuliert hat, an so einer Art Vorfront, an der äußersten Front der Wissensgenerierung stehen. Nämlich mit Studien, die vielleicht noch nicht mal publiziert sind. Und wir da in diese, natürlich uns auch klar wird, dass auch Wissenschaft nicht immer nur hat, stimmt, stimmt nicht. Es war, es falsch. Sondern, dass sie gerade in dieser Anfangszeit der Wissensgenerierung auch mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und in Grauzonen. Und man sagt, okay, das ist eine Studie, die hat methodische Schwächen, ist aber an sich ganz gut, aber es ist erst eine. Und dann haben wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das in die Richtung geht. Dann brauchen wir noch drei, vier andere, die dasselbe bestätigen. Und das ist natürlich schwer zu kommunizieren in so einer Lage, wo die Leute nach Gewissheiten suchen und nach Erklärungen suchen. Und es ist dann auch schlecht zum Beispiel, dass Medien Schlagzeilen mit Fragezeichen machen. Weil das genau diesen Fehler perpetuiert. Dass sie irgendwelche Thesen haben, von denen sie nicht wissen, ob sie stimmen, aber sie formulieren es mal als Frage. Es wird so rumorakelt. Es wird einfach generell Misstrauen gesät. Es wird Unklarheit postuliert. Und das geht einfach nicht. Man sollte über das berichten, was man weiß. Und wenn man es nicht weiß, dann eben nicht. Aber gut, ich meine, das ist jetzt ehrlich gesagt nichts Neues, Philipp, das ist halt Boulevardjournalismus und Clickbaitjournalismus. Aber es ist halt schwer mit Wahrscheinlichkeiten. Es ist halt schwer, diese Wahrscheinlichkeiten zu kommunizieren. Dass man sagt, es gibt diese Studien, aber das heißt noch nicht, dass wir eine Sicherheit haben. Und dann nicht in diese Falle zu tappen, dass man so tut, als hätte man eine Sicherheit. Aber auch nicht so zu tun, als stünde alles in Frage. Alles sei offen. Nichts sei geklärt. Und das ist schwer darin, einen kommunikativen Balanceakt zu vollziehen. Und das merken wir, glaube ich. Ja, das merken wir. Und das zeigt ja auch die Diskussion um Christian Drosten und sein Verhältnis zur Presse. Das wollen wir jetzt nicht alles nachzeichnen. Aber wer sich dafür interessiert, findet da zum Beispiel bei Übermedien auch eine ganz gute Darstellung. Und es gibt viele Darstellungen dazu, dass Christian Drosten, ja, wie soll ich sagen, auch medial ganz schön da in die Mangel genommen worden ist. Aber wie gesagt, das wollen wir jetzt nicht noch im Detail aufarbeiten. Wir wollten nur darauf hinweisen, dass es eben gar nicht so einfach ist, aus einer medialen Perspektive jetzt den richtigen Weg zu finden, zwischen auf der einen Seite einer kritischen Haltung, auf der anderen Seite, aber bitteschön auch nicht den Befeuern von irgendwelchen Verschwörungsideologien. Ja, wir machen noch einen ganz kurzen Terminhinweis. In dieser Woche wird eine spannende Entscheidung ergehen des Bundesverfassungsgerichts. Wir haben ja im Januar berichtet von der mündlichen Verhandlung über die Verfassungsbeschwerde der Gesellschaft für Freiheitsrechte und einiger Partnerorganisationen gegen das BND-Gesetz. Jetzt am Dienstag, den 19. Mai um 10 Uhr wird der erste Senat sein Urteil verkünden. Und ja, wir können natürlich jetzt noch nichts dazu sagen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist relativ optimistisch, deren Vorsitzende ich ja bin, dass es da irgendwie einen Fortschritt für die Grundrechte geben wird. Aber genau wissen wir es noch nicht. Aber es bleibt spannend und wir werden in der kommenden Woche Näheres dazu sagen, Philipp. Und dann gibt es in dieser Woche aber noch quasi einen kleinen Nachtrag, einen zweiten Nachtrag zu unserem großen Interview mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze vor zwei Wochen. Da ist nämlich jetzt gerade ein neues Gutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen veröffentlicht worden, das wirklich eins zu eins passt zu dem, was wir mit Svenja Schulze diskutiert haben. Ja, absolut. Also sie hat ja in ihrem Interview mit uns abgestritten, den Eindruck versucht zu erwecken, dass diese Diskussion um ein CO2-Budget der falsche Weg sei und uns nicht weiterführt. Und jetzt hat sie also dieses Gutachten überreicht bekommen und bei der Lektüre müsste sie eigentlich ins Grübeln kommen. Also der Sachverständigenrat für Umweltfragen ist so ein Beratergremium, was alle vier Jahre ein Gutachten vorlegt, mehrere hundert Seiten, das haben sie jetzt diese Woche getan, geht um eine ganze Menge Themen, Gewässerschutz, um Umweltschutz, ins Grundgesetz, Fragezeichen, ja oder nein. Und es geht eben ein Kapitel um dieses CO2-Budget, also dieses, das sagen wir mal, die Anzahl von Tonnen, die die Welt noch in die Atmosphäre blasen darf, damit sie mit einer gewissen Sicherheit unter diesem Ziel von zwei Grad Erderwärmung bleibt, möglichst 1,5 Grad. Und das hat eben Wolfgang Lucht auch mitgeschrieben dieses Kapitel mitverantwortet, der ist Co-Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und er ist auch einer eben dieser sieben Mitglieder dieses Expertengremiums und er hat also noch mal auf die Bedeutung dieses CO2-Budgets hingewiesen. Die Erde, sagt er, darf also 800 Gigatonnen insgesamt ausstoßen, damit wir halt mit hinreichender Sicherheit unter diesem Zwei-Grad-Ziel bleiben. Eine faire Verteilung, sagt er, eine faire Verteilung führt dazu, dass von diesem Budget Deutschland 1,1 Prozent ausstoßen darf, was eben dem Anteil Deutschlands an der Weltbevölkerung entspricht, sagt Wolfgang Lucht vom PIK. Dann beträgt das deutsche CO2-Budget ab 2020 maximale Emissionen von 6,7 Milliarden Tonnen CO2. Wie lange reicht dieses CO2-Budget? Bei gleichbleibenden Emissionen nur bis zum Jahre 2029, das heißt weniger als ein Jahrzehnt. Wenn die Emissionen linear auf Null sinken, dann müssten sie das bis zum Jahre 2038 tun, damit das Budget eingehalten bleibt. Sprich, also wir brauchen eine lineare Abnahme dieser Emissionen und zwar bis 2038, nicht bis 2050, wie das immer so heißt, sondern bis 2038. Bis 2050, diese Deadline kommt eben wie so ins Spiel, dass einige sagen, ja, Deutschland hat doch aber einen viel größeren Anteil eigentlich an diesem Budget, die Erdbevölkerung alleine 1,1 Prozent, das ist irgendwie ungerecht, aber da sagt Lucht, das können wir so nicht machen, das ist einfach eine ungerechte Maßgabe, wir haben diesen Anteil von 1,1 Prozent, dadurch unser Budget, dadurch 2038. Einige sagen auch, wir haben bis 2050 Zeit, weil wir ja Techniken erfinden werden, mit deren wir gleichzeitig CO2 aus der Atmosphäre holen. Auch da sagt Lucht, ja, theoretisch denkbar, praktisch ist das sehr, sehr weit und damit zu kalkulieren wäre unredlich. Ja, das ist nochmal ein ganz spannendes Update zu unserer Diskussion mit Svenja Schulze. Ich glaube, man muss es so deutlich sagen, eigentlich ist es ziemlich klar, dass es Budgets gibt und dass sie sich so beharrlich geweigert hat, die Pariser Klimaziele jetzt auf ein Budget für Deutschland runterzubrechen, das kann man wahrscheinlich wirklich nur noch politisch erklären. Und in diesem Sinne, würde ich denken, ist die Lage der Nation in dieser Woche abschließend und umfassend erraten. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wünschen euch eine gute Woche, bleibt uns gewogen und wenn euch die Lage der Nation gefällt, freuen wir uns über ein Soli-Abo, das könnt ihr euch klicken unter lagedernation.org slash plus, kostet knapp 5 Euro im Monat, gibt aber auch einen Jahresabschluss mit Discount und selbstverständlich könnt ihr jederzeit kündigen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao. Bis dann, tschüss.